Hallo Leute, ich beginne mit einem neuen Video. Ich werde Ihnen dieses Video zeigen, wie man ein fähiger Happy Gesicht bekommt. Also, so geht ihr mal. Ich glaube, es kostet nur 80 oder 50. Ich würde mal sagen, ja. So. Da gibt es zwei Gesichter. Und, oh nee, ich habe nicht das Charakter. Okay, ich gehe mal das Charakter nehmen. Aber das Charakter ist für free. Okay, dass ich ihn mal finde. Du brauchst dafür die hier. Okay. So, dann. Nimmst du Get, okay. Wenn du noch eine Charakter auch nicht hast, mach es genauso wie ich. So, dann geh bei Recomendant. Ja, geh einfach hin. Ops, ich glaube, wir gehen doch bei Charakters. Ich drücke ihn wieder da. Ich habe es noch nicht bekommen. So. Jetzt nehme ich die Gesichter. Ich habe ein bisschen falsch gemacht. Egal, war das nicht so falsch. Aber das heißt nicht irgendwie falsch. So, nimmst du dann dieses Gesicht. Nimm dieses Gesicht. Und dann geh auf Accessory. Schreib. Geh bei Face. Dann. Okay, ich gehe auf den Shop vom Mall. Dann schreibst du Mask. Dann siehst du hier Mask. Okay, zum Beispiel das Maske. Wenn geht es jetzt wie ein echtes Happy, dass ich irgendwann eine andere Maske mache, wird das gut klappen. Das kostet nur 100. Oh mein Gott, Leute. Hat geklappt. Dieses hier. Wenn es bei euch geklappt hat, gebt bitte ein Like. So, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Leute.